Entspannt, familienfreundlich und trotzdem zentral. Das ist der Prenzlauer Berg im Nordosten der Hauptstadt. Der einst ziemlich heruntergekommene Ostbezirk ist heute einer der gefragtesten Stadtteile Berlins. Bald nach der Wende begannen im Prenzlauer Berg umfangreiche Sanierungsarbeiten. Von den einst überwiegend maroden Häusern ist wenig geblieben. Stattdessen dominieren heute schick renovierte Altbauten das Stadtbild. Besonders beliebt die Wohnungen rund um den Kolbitz und den Helmholzplatz. Ganz billig wohnt es sich hier allerdings nicht. Besonders junge Familien zieht es in den Prenzlauer Berg. Denn nirgendwo sonst in Berlin gibt es so viele Spielplätze und Betreuungsangebote für die lieben Kleinen. Auch viele Geschäfte haben sich hier auf Kinder und Familien spezialisiert. Schlendern, Einkaufen und Kaffee trinken kann man besonders gut im Westen des Stadtteils. Unzählige Cafés und kleine Geschäfte laden zum Verweilen ein, etwa in der Kastanienallee und der Oderberger Straße. Und auch sonntags muss man im Prenzlauer Berg nicht aufs Einkaufen verzichten. Denn auf dem Mauerpark-Flohmarkt findet sich alles, was das Herz begehrt. Hierher zieht es Touristen und Anwohner gleichermaßen, ob zum Stöbern oder zum Freunde-Treffen. Wem der Andrang im Mauerpark zu groß ist, der entspannt sich im Volkspark Prenzlauer Berg. Hier ist es erstaunlich ruhig und man kann wunderbar spazieren gehen. Prenzlauer Berg, ein gemütlicher und gröner Stadtteil für die ganze Familie.